Ihr Lieben, wir starten in SSB14 und ich schulde euch ja noch einen Rückblick auf das Thema Impfung. Also für alle, die das jetzt nicht hören wollen, entweder gleich wegschalten oder vorspulen. Naja, also ganz einfach. Ich will jetzt gar nicht zu lange auf das Thema eingehen. Ich habe am Anfang schon mal des Jahres, schon mal 2021, schon mal ein Video zu der Impfung gemacht, als es noch ganz früh war. Ich weiß, ich schulde dazu mal noch ein ausführliches Video. Ich bin geimpft, ich bin schon im Juni geimpft worden und ich habe mich jetzt eben letzte Woche boostern lassen, weil ja ab dem zweiten Trimester die Stiko, die Booster-Impfung, auch empfiehlt für Schwangere. Ein paar haben gesagt, 13. Woche, darfst du das da schon, weil es war eigentlich noch Ende der 13. Ach, wo das zweite Trimester beginnt, ist ja immer so eine Definitionsfrage. Also auf jeden Fall wurde ich im Impfzentrum auch geimpft. Und ich dachte, ich gebe euch einfach nur noch mal einen kurzen Rückblick darauf, wie das bei mir abgelaufen ist. Ich bin ganz klar für die Impfung und auch fürs Boostern. Ich verurteile keine Schwangere, die es nicht macht. Nicht, weil ich irgendwie Zweifel habe, weil ich habe überhaupt keine Zweifel, sondern weil ich einfach weiß, dass jede Schwangere die Entscheidung aus der Überzeugung trifft, das Beste für ihr Kind zu machen. Meine Überzeugung ist, ganz klipp und klar aufgrund der Datenbasis, dass es das Beste ist, sich impfen zu lassen und auch boostern zu lassen. Aber wie gesagt, deswegen, ich finde, es gibt eh schon viel zu viel Spaltung in Hass in der Gesellschaft. Da möchte ich nicht dazu beitragen. Ich habe meine Meinung. Ich respektiere andere Meinungen, auch wenn es mir nicht immer leicht fällt, gebe ich auch ganz offen zu. Aber ich bin ja auch nicht perfekt und ich gebe mein Bestes. Aber ich dachte, ich gebe euch einfach nur einen Rückblick, wie war es denn bei mir? Weil Markus ist ja schon letzte Woche mit Moderna geboostet worden. Oder war es jetzt Anfang der Woche? Ich bringe schon alles so durcheinander. Egal. Auf jeden Fall hatte er schon ein bisschen, hat schon was gemerkt. Er hatte schon ein bisschen eine Erkältung, Symptomatik. Also im Sinne von, er hatte Kopfschmerzen und Gliederschmerzen für den Tag. Was wir beide bei der Biontech-Impfung, weder bei der ersten noch bei der zweiten Impfung hatten. Deswegen war ich jetzt gespannt, ob der Booster, ich habe Biontech wiederbekommen, logischerweise. Schwangere, ob ich irgendwas merke. Und ich muss wirklich sagen, ich habe, also nur von meiner Erfahrung, ich habe auch beim Booster überhaupt nichts gemerkt. Also bei mir war es wirklich so, ich habe ganz leicht, habe mein Oberarm wehgetan einen Tag. Ich hatte keine Kopfschmerzen, keine Müdigkeit, kein gar nichts. Auch immer in der Basaltemperaturkurve. Ich messe ja immer noch weiter mit dem Aberarmband. Alles sieht man überhaupt nichts. Da war kein Anstieg in den Ruhepuls, in der Temperatur oder irgendwas. Also ich habe die Biontech-Impfung weggesteckt, als wäre gar nichts passiert. Ich neige aber auch nicht zu irgendwie Impfreaktionen. Also ich bin ja auch schon für Reiseimpfungen, auch schon geimpft worden gegen Tollwut, Typhus, Cholera, japanische Enzephalitis, Gelbfieber. Viele davon sind bekannt, dass man davon Impfreaktionen bekommen kann. Und ich habe nie mehr gehabt als diesen Impfarben. Also insofern, ich habe sie sehr, sehr gut vertragen, würde es jederzeit wieder machen. Ich gehe auch davon aus, dass mit der Omikron-Welle wahrscheinlich in zwei, drei, vier Monaten der Omikron-Booster kommt und damit meine fünfte Impfung. Aber warten wir es ab. Ich gebe euch dann ein Update, wenn es soweit ist. Ich wollte nur sagen, ich habe es gut vertragen. Und Krümel geht es auch gut. Ich horche ja hin und wieder immer noch mit dem Angel-Sound drauf. Und jetzt starte ich in die Weihnachtswoche. Ich sag's euch, bei uns ist gerade das totale Weihnachtschaos ausgebrochen. Wir waren eigentlich heute ja bei Markus' Dad, haben dort quasi ganz schön vor Weihnachten gefeiert, haben ja gestern sogar nochmal extra einen negativen PCR-Test gemacht, um eben ganz auf Nummer sicher zu gehen, auch wenn Markus und ich beide geboostert sind, damit die Familienbesuche einfach sicher sind. Ja, und eigentlich wollten wir morgen quasi feiern bei seinem Onkel zusammen mit seinen Großeltern und seiner Mama und dessen Mann. Und dann kam plötzlich der Anruf von seinem Onkel. Die haben zwei kleine Kinder. Da ist im Kindergarten jemand positiv getestet worden. Und seine Mama und ihr Mann waren jetzt quasi gerade auf dem Weg und waren quasi vor der Haustür und sind dann natürlich erstmal nicht rein, weil ja jetzt quasi die Frage ist, ob sich nicht die Kids angesteckt haben können. Und dementsprechend sind sie jetzt kurzerhand bei uns. Und wir werden morgen wahrscheinlich nicht hinfahren, sondern ziemlich sicher zu viert hier spontan feiern. Ich habe natürlich nichts vorbereitet. Ich habe jetzt gerade einen herzlichen Dank an meinen Schnellliefer-Service. Ich weiß ja nicht, ob ihr die auch alle habt, aber wir haben hier Flink, Geteer und Gorillas. Ich sage jetzt nicht, welche ich nicht genommen habe, weil ich will keine Schleichwerbung machen. Auf jeden Fall habe ich mit einem davon dann einfach ganz schnell Zutaten bestellt, um morgen spontan Raclette machen zu können. Also es gibt noch eine ganz kleine Chance, dass der Schnelltest Quatsch war. Das Kind wird PCR getestet aus dem Kindergarten. Aber da kommt nichts anderes raus, weil der Bruder hat wohl auch einen positiven Schnelltest. Und zwei positive Schnelltests, die falsch sind, daran glaube ich nicht. Insofern sind halt leider quasi die Kids potenziell Kontakte. Und demnach werden wir morgen wahrscheinlich nicht vorbeifahren können. Also eigentlich können wir sicher nicht vorbeifahren. Ey, echt. Ich glaube, euch geht es auch so, aber man wünscht sich schon, dass es alles mal wieder normaler wird. Ja, auf jeden Fall bin ich spontan zum Gastgeber geworden. Und jetzt, ja, wie gesagt, ich habe so viel schnell bestellt. Eigentlich dachte ich heute Abend so, heute mache ich mir einen spannenden Abend, ein bisschen Badewanne, bevor dann der ganze Weihnachtschaos losgeht. Ich habe noch nicht gepackt. In der Wohnung sah es aus, als hätte ich eine Bombe eingeschlagen, weil wir noch gerade am Geschenke einpacken waren und einfach morgens alles haben liegen lassen. Und dann habe ich gesagt, heute Abend packen wir weiter fertig ein. Oh Mann, ich sag ja, kommst du hierhin und denkst dir so, nein, ich habe nichts zu essen, ich habe kein Weihnachtsessen vorbereitet, ich habe Chaos in der Küche. Ey, naja. Ey, die perfekte Hausfrau bin ich schon mal nicht. Aber ganz ehrlich, naja, man muss halt improvisieren. Und wir machen jetzt einfach das Beste draus und heutzutage, Vorsicht geht halt einfach vor. Aber Weihnachtschaos. Also, kleines Weihnachtswunder. Die PCR-Tests der Kids sind negativ. Wir konnten unser Weihnachtsfest normal stattfinden lassen. Ich habe umsonst bestellt. Zu, wie damals hat Markus noch gesagt, warte ab. Aber ich habe nicht dran geglaubt, dass das passieren kann. Ja, also auf jeden Fall haben wir uns jetzt fertig gemacht. Das war echt ein stressiger Vormittag. Ich bin auch einfach nicht so belastbar. Das merke ich schon gerade. Ich brauche viel mehr Auszeiten, viel mehr Pausen. Aber wir haben uns jetzt fertig gemacht. Ich habe Apple Crumble vorbereitet. Und wir können jetzt tatsächlich losfahren und doch gemeinsam Familienweihnachten feiern. Weil jetzt wirklich alles sicher und vorsichtig und vertretbar ist. Und ja, wenn ihr es seht, ist natürlich Weihnachten schon rum. Aber da für mich heute gerade Weihnachten ist, wünsche ich euch auf jeden Fall auch ein ganz, ganz, ganz frohes Fest. Ich hoffe, wenn ihr es seht, dass ihr eine wunderschöne Weihnachtszeit hattet, dass es euch gut geht. Und wenn ihr schon ein Baby habt, dann natürlich ganz frohe Weihnachten mit Baby im Bauch. Oder im Arm. Und wenn ihr noch hofft, dann ja, 2022 werden es ganz, ganz viele von euch, dass wir das Wunder erleben dürfen. Und ich hoffe, dass ich euch auf dieser Strecke begleiten kann. Aber da kommen wir noch alles dazu. Also auf jeden Fall. Ich nehme euch jetzt immer mit weiter mit in meine Reise. Und ich gebe euch natürlich auch weiter Tipps und hoffe, dass da was dabei ist, was euch hilft, dass ihr dieses Wunder auch erleben dürft, was ich jetzt gerade erlebe und was mich unglaublich glücklich macht. So, ihr Lieben, die Weihnachtstage sind rum und damit auch meine Schwangerschaftswoche 14. Ich bin jetzt in der 15. Woche, ist also schon wieder Montagfrüh. Ich habe jetzt die letzten Tage ganz wenig nur gefilmt, weil halt mit Weihnachten war es jetzt irgendwie auch... Ich wollte meine Familie auch nicht nerven. Insofern habt ihr jetzt leider nichts von unserem Weihnachtsfest gesehen und auch nicht von unserer großen Pierogi-Fresserei, die es jedes Jahr gibt. Ich dachte ja, jetzt habe ich endlich einen Vorteil und schaffe es, mehr Pierogi als alle anderen zu essen, weil ich ja so einen Heißhunger habe. Aber ich glaube, mein Heißhunger flaut langsam ab, weil ich habe nämlich wieder nur viel Pierogi geschafft. Wie jedes Jahr. Und aber nur zur Verteidigung. So ein Pierogi ist so hoch, so dick und also die sind riesig. Ja, also die sind nicht so, wie ihr das vielleicht aus dem russischen Restaurant kennt, so kleine süße Teile, sondern das sind bei uns Monster-Teile. Wir nehmen eine Untertasse zum Ausschneiden. Das ist eine Familientradition, dass es die am 26. gibt. Und ich habe gestern die Zwiebeln angebraten, deswegen jetzt habe ich auch endlich geduscht, weil heute Morgen bin ich aufgewacht mit meinen Haaren im Gesicht und dachte mir, mh, Zwiebeln! Ja, also auf jeden Fall, die Weihnachtstage waren sehr schön. Gleichzeitig, also ich war ja auch gespannt, weil meine Family mich jetzt ja das erste Mal schwanger getroffen hat, weil ich ja weiter weg wohne, wo meine Family eigentlich sonst wohnt. Also, was man auf jeden Fall sagen muss, wo ich sehr positiv überrascht war, es kam kein einziger dummer Spruch. Also, muss man sagen, Hut ab! Ich habe mich darauf eingestellt, dass der eine oder andere doofe Spruch kommt, der lieb gemeint ist, um Gottes Willen, ja, aber der halt irgendwie, ja, so von wegen, jetzt ist ja alles gut oder, ach, ich weiß nicht, nee, das wäre es nicht mal, aber es ist auf jeden Fall, es kam kein dummer Spruch. Was allerdings kam, und da muss ich auch mit den Einzelnen nochmal ins Gericht gehen, weil ich es in dem Moment nicht gesagt habe zum Teil. Und was ich auch generell mal sagen muss, fast Schwangeren nicht ungefragt auf den Bauch. Und ich verstehe das nicht, wo das herkommt. Und es ist viermal passiert an den Tagen. Und ich fand es jedes Mal nicht cool. Wenn mich jemand jetzt fragt, kann ich mal hinpassen, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht doll gefunden, aber gesagt, ja, okay, und mich darauf eingestellt. Aber ich mag es auch nicht, wenn mich Leute einfach berühren, die ich, und ich nicht damit rechne, ja. Also, ist das nicht schlimm, ja, wenn ich die umarmen, ja, auch Leute und alles, aber dann weiß ich ja, dass jetzt gar nicht eine Berührung kommt. Ich mag es einfach auch nicht, weil, wenn ich sauer bin zum Beispiel, und jemand fasst dir dann auf die Schulter, um dich zu berühren, beruhigen oder auf den Arm, hundertprozentige Sicherheit, dann flippe ich aus, wenn ich vorher schon so grummel, grummel, grummel bin. Und in dem Moment, ich kann das einfach nicht leiden. Und jetzt ist mein Bauch, ist halt so mein schützenswertester Bereich, wo ich auch, wenn ich in der S-Bahn mal stand oder so, habe ich immer gleich meine beiden Hände vor meinem Bauch, damit ja niemand dagegen kommt. Und deswegen, wenn jemand quasi auf mich zukommt, schon so, ja, hier, Bauch, dann denke ich mir so, nein! Ein schwangerer Körper ist trotzdem, ist es mein Körper. Und warum sind schwangeren Körper plötzlich allgemein gut, wo man einfach auf den Bauch fassen darf? Ich weiß, das ist überhaupt nicht böse gemeint gewesen, von allen nicht. Aber ich empfinde das halt super unangenehm und ich glaube, ich bin nicht die Einzige. Schreibt mir das mal unten in die Kommentare, wenn ihr schwanger seid oder wart, wie ihr das findet, wenn euch Leute einfach auf den Bauch fassen. Weil ich habe den Eindruck, ich bin nicht die Einzige, die das überhaupt nicht knorke findet, wenn man ohne Vorankündigung und Frage einfach auf den Bauch fasst. Und das hat auch dazu geführt, dass ich mein schönes, enges Kleid, was ich am ersten Tag noch anhatte, dann die anderen zwei Tage lieber gar nicht mehr angezogen habe, weil ich dachte, wenn man es nicht so sieht, kommen sie nicht auf die Idee, auf den Bauch zu fassen. Was total schade ist, weil ich meinen Bauch gerne gezeigt hätte. Ich bin ja stolz auf mein kleines Bäuchlein. Und ja, aber ich wollte niemand animieren, einfach auf meinen Bauch zu fassen. Ich muss es den betroffenen Personen auch mal dann noch mal in einer ruhigen Minute sagen, weil in dem Moment war ich so, schockstarre Situation durch den Warten, bis sie aufhört. Aber ich mag es einfach gar nicht und ich glaube, ich bin, wie gesagt, nicht die Einzige. Aber es würde mich mal interessieren, wie es euch damit geht. Aber meine Vermutung, nicht jeder findet, dass schwangere Körper allgemein gut sind. Oh, jetzt muss ich blind sind in meinen Kontal. Ich glaube, ich habe eine Wimper im Ouge. Also, naja, also egal. Aber ansonsten waren die Weihnachtstage total schön und die Woche war sehr unspektakulär, was ja, also unspektakulär im Sinne von meiner Schwangerschaft. Baby geht's wunderbar. Ich habe auch gestern Abend mit Markus mit dem Angel Sound nochmal drauf gehört. Also inzwischen finde ich es innerhalb von 10 Sekunden. Und ja, ich mache euch noch ein Video zum Angel Sound, versprochen. Kommt ganz bald. Ich habe es auch meiner Mama jetzt mal gezeigt. Da habe ich es dann, glaube ich, um 15, 20 Sekunden gebraucht. Aber inzwischen finde ich Baby total schnell. Ja, wir haben auch ein paar Babysachen, bekommen, die richtig süß sind. Und ganz toll habe ich auch von meinen Geschwistern und meiner Schwägerin und quasi zusammen auch mit meinen Geschwistern und ihrem Partnern quasi habe ich auch ein Stillkissen schon bekommen, was ja auch schon super ist, um in der Schwangerschaft drin zu liegen. Und auch noch eine Leggings. Und ach, ist einfach so süß. Also man sieht auch wirklich, dass sich meine ganze Family richtig mit mir mitfreut, was total toll ist. und was mich auch total berührt. Und es waren auch alle wirklich super vorsichtig. Jeder bei uns ist hier ja schon geimpft. Die allermeisten, also schon geimpft ist ja, sollte ja eigentlich, also gut, ja, gehen wir nicht drauf ein. Es ist jeder schon geimpft. Viele sind schon geboostert. Und trotzdem haben wir alle nochmal einen Test gemacht. Dadurch habe ich mich auch super sicher gefühlt, die ganzen Tage. was halt einfach sehr, sehr schön ist in der aktuellen Situation. Ja. Also auf jeden Fall schöne Weihnachtstage. Ich hoffe, ihr hattet auch ein ganz, ganz tolles Weihnachtsfest. Und wie gesagt, Videos zum Angelsound kommen bald noch. Ich warte jetzt noch drauf, weil ab heute, ab heute darf mir ja das Geschlecht mitgeteilt werden. Und ich warte schon die ganze Zeit, ob ich eine SMS vom Pränataldiagnostiker bekomme. Aber wahrscheinlich hat das Labor ist noch nicht ausgewertet. Aber ich will es doch so gern wissen. Definitiv. Naja. Bald. Bald. Hoffentlich noch diese Woche. Drückt mir die Daumen. Und ansonsten verabschiede ich mich jetzt aus Woche 14 und freue mich schon. Vielleicht habe ich in der nächsten Woche ein schönes Geschlecht für euch zum Verraten. Mal gucken. Aber es wird nicht mehr lange dauern. Macht's gut. noch immer wieder auf? Dann lovern. Da. uter. Aber es ist oft populär. Over beit夾. Auf Wiedersehen. Vale. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020